An der Landesreitschule in Marbach haben am Samstag behinderte wie nichtbehinderte Sportler an einem inklusiven Reitturnier im internationalen Setting mit Leibpferden teilgenommen. Veranstaltete das Ganze der TSV Mehringen in Zusammenarbeit mit dem Reiterhof Riele Immenhausen. Der TSV Mehringen setzt sich seit mehreren Jahren dafür ein, den gemeinsamen Sport zwischen Nichtbehinderten und Behindertenteilnehmern zu fördern und bekannter zu machen. Das Haupt- und Landgestüt Marbach unterstützte dabei. Dabei gab es Special Olympics Teilprüfungen mit Reitern mit und ohne Behinderung.